Mein Name ist Enno Schröder, ich komme von der Schule am Botten in Neunkirchen. Wir sind eine regionale Schule mit Grundschule, an der zurzeit 400 Schüler lernen. Die Schule befindet sich vor den Toren der Universitäts- und Hansestadt-Greiswald und wir sind im Rahmen eines Auditprozesses als Referenzschule für Medienbildung in Mecklenburg-Vorpommern zertifiziert worden. Wir sind seit drei Jahren mit einer 1 zu 1 iPad-Lösung an unserer Schule unterwegs. Seit diesem Jahr von Klassenstufe 7 bis Klassenstufe 10 durchgängig in allen Klassen. In diesem Zusammenhang haben wir gesagt, dass sich nicht alles nur um die Geräte drehen soll, dass wir uns auch neuen Lernmethoden zuwenden müssen und haben dort in Kooperation mit der Universität Greiswald das Forschende Lernen vor drei Jahren bei uns als ein Standbein an der Schule installiert. Ein zweiter Punkt, den wir jetzt peu a peu aufbauen wollen seit diesem Jahr, ist das sogenannte Lernbüro, wo wir Schülern Möglichkeiten geben wollen, individualisiert zu lernen. Ein dritter Punkt, wo wir auch die digitalen Medien nutzen, Stichwort Berufswahlpass, ist für die Berufsfrühorientierung der Einsatz dieser Geräte. Wir betreiben eine Lernplattform, also einige Kollegen unterrichten auf iTunes U in einem Kurssystem oder in Moodle. Wir nutzen zusätzlich unseren eigenen YouTube-Channel und geben den Schülern die Möglichkeit, dass sie ihre Lern- und Arbeitsergebnisse auf unserem digitalen Board im Schulgebäude nicht nur ihrer Klasse präsentieren, sondern auch Eltern, Gästen und Besucher an unserer Schule. Wir möchten ein Beispiel aus dem Bereich Unterrichtsqualität vorstellen. Dabei geht es besonders um das Forschende Lernen. Mit der Einführung der iPads war uns bewusst, dass wir nicht mehr das alleinige Informationsmonopol im Klassenraum haben, sondern dass wir auch neue Wege gehen müssen in der Unterrichtsführung. Dabei haben wir den Kontakt zur Universität Greiswald gesucht und haben vor drei Jahren das sogenannte Forschende Lernen bei uns eingeführt. Das sind Wochen, in denen die Schüler unter einem Leitfach zu bestimmten Themen forschen, die sie sich selbst ausgesucht haben. Uns kommt es darauf an, dass sie selbstständig Fragen finden, die sie beantworten sollen. Dabei geht es auch um den gesunden Wechsel von analogen und digitalen Medien. Wir wollen keine Überflutung mit digitalen Medien in unserem Unterricht erreichen, sondern einen gesunden Mix. Die Schüler sollen selbst bei ihrer Präsentation entscheiden können, ob sie herkömmliche Modelle in analoger Form bauen oder ob sie recherchierte Informationen in Form einer Präsentation, in Form eines Films, einer Bildershow oder ähnlichen dort aufbereiten. Und nach wie vor macht es für uns auch noch Sinn, dass zum Beispiel im Biologieunterricht draus in die Natur gegangen wird. Die Geräte können mitgenommen werden, es können Fotos gemacht werden und im Nachhinein können diese aufbereitet werden in Protokollen oder auch wieder in kleinen Filmen oder ähnlichen. Wir haben oder wir legen nach wie vor großen Wert auf einen haptischen oder auf einen musischen oder auch künstlerisch kreativen Ansatz im Unterricht, da wir denken, es kommt nicht auf die Geräte an, sondern auf die Inhalte, die mit diesen Geräten produziert werden. Und dazu ist Kreativität und Neugier vor allen Dingen nach wie vor von Nöten. Was läuft gut bei uns, was läuft noch nicht so gut bei uns? Gut läuft bei uns die gesamte Kommunikation per E-Mail, sowohl unterrichtsrelevante Dinge als auch organisatorische Dinge. Gut läuft der Dateiaustausch digitaler Inhalte auf unserer schuleigenen Cloud, selbst dass die Schüler von zu Hause darauf zugreifen können. Gut läuft bei uns, dass die Schüler durch die iPads mehr und mehr auch in ein personalisiertes Lernen überführt werden. Was läuft nicht so gut bei uns? Wir würden uns nach wie vor wünschen, dass mehr digitale Inhalte für alle Lehrer deutschlandweit auf einer Plattform zur Verfügung gestellt werden. Möglichst auch kostenfrei, um den Schulträger zu entlasten und in ganz Deutschland für alle auch gleiche Lernbedingungen zu schaffen. Wir würden uns natürlich wünschen, dass der Breitbandausbau in Deutschland über die 50 Megabit hinausgeht. Wir würden uns gleichfalls noch wünschen, dass im Bereich Fortbildung viel mehr für die Lehrer getan wird, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Und ich persönlich würde mir wünschen, dass ein Fach Informatik deutschlandweit in allen Schularten installiert wird. Personalisiertes Lernen schafft für die Schüler mehr Freiräume. Andererseits erfordert es auch mehr Eigenverantwortung beim Lernen. Für uns Lehrer bedeutet es, dass wir mehr Freiräume haben, um Schüler individuell zu fördern. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.